Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, was ihr hier seht ist hochinteressant. Das ist nämlich das, was Osiris Rex zur Erde geschickt hat. Osiris Rex im Übrigen momentan auf dem Weg zu Apophis. Aber gucken wir uns im Verlauf des Videos ein bisschen genauer an. Es ist tatsächlich mehr geworden, als man sich erhofft hat. Das heißt, da ist wesentlich mehr Material jetzt mitgenommen worden. Und die Zusammensetzung ist hochinteressant, denn wir haben hier einen extrem hohen Kohlenstoffanteil. Einen Kohlenstoffanteil, den kein anderes Objekt bis jetzt geschafft hat, was wir so untersucht haben. Also das ist schon interessant. Was auch in diesen Proben mit dabei ist, war Wasser. Wasser ist in unserem Sternensystem tatsächlich kein Problem. Im Übrigen auch in anderen Sternensystemen nicht. Das heißt also, Wasser gibt es da draußen so viel, da weiß man gar nicht, wo man hin soll damit. Teilweise sogar zu viel, wenn man es genau nimmt. Aber Kohlenstoff und Wasser, das ist schon mal, so was die erste Analyse angeht, wichtig, auch bezüglich der Ableitung von Entwicklungen in unserem Sonnensystem und der Anreicherung von größeren Objekten wie Gesteinsplaneten mit eben Grundbausteinen des Lebens. Wir wissen das ja im Grunde genommen schon. Also wir wissen, dass es zum Beispiel auf dem Mars Wasser gibt und wir wissen, dass es auf dem Mars Kohlenstoff gibt. Wir wissen, dass es auch auf Monden innerhalb unseres Sonnensystems so ist. Also auch auf Monden, die hochinteressant sind, wie zum Beispiel Enceladus oder auch in dem Fall Europa. Da hat man also sehr hohe Kohlenstoffanteile auch an der Oberfläche festgestellt. Und das bedeutet, dass die Grundidee des Lebens überall vorhanden ist. Das heißt also, irgendwas mit Kohlenstoff basteln. Dann fehlt noch ein bisschen was anderes. Phosphor zum Beispiel brauchst du eigentlich auch. Also die Verbindung dann unter anderem auch Alkohole und andere Komplexe, Kohlenwasserstoffe, das gehört dann alles mit dazu. Aber wenn du mal alles zusammen hast, gibt es eigentlich keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Also wenn die chemische Umgebung passt, zum Beispiel Temperatur logischerweise. Bei einer chemischen Reaktion sollte eine Temperatur vorhanden sein, wo es auch möglich ist. Und deshalb ist diese Mission auch so interessant und so wichtig gewesen, um diese Grundbausteine dann auch auf einem solchen Objekt nachzuweisen. Weil das bedeutet, dass im gesamten Sonnensystem eine bestimmte Anreicherung stattgefunden hat, als das Sonnensystem entstanden ist. Und das bedeutet, dass diese Anreicherung wahrscheinlich auch in anderen Sternensystemen stattfindet. Und dann ist der Schritt eben nicht mehr weit zu sagen, okay, dann ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass anderswo auch Leben existiert. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail und unter anderem dann auch im Verlauf des Videos auf die Zusammensetzung von Himmelskörpern, die für die Suche nach Leben in unserem Sonnensystem interessant sind. Und diese Erkenntnis, die bringt uns einiges. Denn es gibt ja mehrere Asteroiden, die ähnlich zusammengesetzt sind wie Bennu. Zumindest geht man davon aus. Und die Zusammensetzung und auch der hohe Kohlenstoffanteil bedeutet, dass das Material, welches auf der Erde für das Leben verantwortlich ist, tatsächlich in unserem gesamten Sonnensystem vorhanden ist. In einer bestimmten Konzentration, auch in solchen Asteroiden. Das bedeutet wiederum, dass in der Frühzeit, also der Entstehung unseres Sonnensystems, alles schon vorhanden war und sich jetzt dementsprechend verteilt hat in unserem Sonnensystem. Und das bringt uns dann wieder zu einem anderen Punkt, nämlich der Entdeckung von Sternensystemen außerhalb unseres Sternensystems, die eine ähnliche Zusammensetzung haben, zum Beispiel in der sogenannten protoplanetaren Scheibe. Da kann man ja auch bestimmte Zusammensetzungen herausfiltern. Dann sehen, gibt es dort ähnliche Zusammensetzungen wie in unserem Sonnensystem. Und das führt dann wiederum zur Annahme, dass Leben im Universum, zumindest was die Grundvoraussetzung angeht, also welches Material steht denn zur Verfügung, möglich ist. Das heißt also, diese Zusammenfassung von Informationen und dann dementsprechend die Entwicklung von bestimmten Hypothesen bezüglich der Entwicklung außerhalb unseres Sonnensystems, auch von Leben. Nun wissen wir ja mittlerweile, dass in unserem Sonnensystem einige interessante Objekte existieren. Das heißt, nicht nur Bennu hier ist ein interessantes Thema, sondern auch manche Monde, die sich in unserem Sonnensystem befinden, die, ich glaube, jetzt in dieser Simulation nicht mit drin sind, wenn mich nicht alles täuscht. Gehen wir mal zu Saturn. Ich glaube, da haben wir jetzt nur den Planeten. Es gibt nämlich von der NASA verschiedene Programme, um sich das Ganze anzuschauen. Das heißt also, Ice and Asteroids zum Beispiel, das ist etwas, was sich hauptsächlich eben mit Asteroiden beschäftigt. Aber jetzt schwenkt man ganz kurz mal zu den Monden und gucken uns da mal ein paar Monde an, die eben aufgrund der Zusammensetzung, die man mittlerweile auch ableiten kann von solchen Untersuchungen, wie zum Beispiel von Bennu, wie sich dort Leben entwickeln könnte. Den Link zu dieser Seite, also wo man sich das alles angucken kann, Ice on heißt die Seite und dann eben verschiedene Kategorien. Da gibt es auch Exoplaneten, eben zum Beispiel Asteroiden oder hier das Sonnensystem. Die packe ich euch dann unten in die Videobeschreibung und könnt euch das in Ruhe mal anschauen. Auch sehr interessant. Jetzt das Saturn-System. Das nehmen wir jetzt mal als Beispiel, weil wir hier nämlich einen Kandidaten haben, der hochinteressant ist, zum Beispiel Enceladus. Dort haben wir ja diese Dampfwolken, die wir hier sehen, die aus dem Mond herauskommen. Und auch dort hat man ja festgestellt, dass Grundbaustoff, wie zum Beispiel Wasser oder auch molekulärer Wasserstoff, also Wasserstoff, der schon mal in einem Molekül gebunden war und dann aber durch chemische Prozesse wieder herausgelöst wird aus diesem Molekül, dass das dort existiert. Nehmen wir jetzt noch die Verteilung von Kohlenstoff. Aufgrund der Annahme, jetzt zum Beispiel der Untersuchung von Bennu, wissen wir, okay, also in unserem Sonnensystem wird es wohl überall Kohlenstoff geben. Jetzt brauchen wir noch Phosphor. Das wäre eine coole Sache. Ja, hat man auch schon entdeckt in unserem Sonnensystem außerhalb der Erde. Und dann kämen wir langsam so zu dem Punkt, wo man sagt, okay, also die Grundbaustoffe sind in unserem Sonnensystem überall vorhanden. Es wäre, also man muss ja ehrlicherweise sagen, es wäre schon komisch, wenn jetzt alles auf der Erde konzentriert wäre, was zumindest diese Bausteine angeht. Also das ist die Wahrscheinlichkeit null. Die Wolke, die damals unser Sonnensystem erzeugt hat, stammt ja unter anderem auch von einer Supernova. Wir haben zum Beispiel Gold auf unserem Planeten. Da brauchst du schon einen richtigen Rums. Das heißt also normalerweise, zumindest war das die Hypothese bezüglich auch der Entstehung von Gold, dass du da im Grunde eine Kollision zwischen zwei Neutronensternen brauchst. Es gibt jetzt neue Hypothesen, die auch bestimmte Arten von Supernovae in Verbindung bringen mit der zumindest theoretischen Möglichkeit, dass dort auch Gold entstehen könnte. Aber die gängige Theorie momentan oder Hypothese ist, dass du wirklich zwei Neutronensterne brauchst, die kollidieren. Das hat man nämlich auch schon gesehen im Universum. Da hat man sich solche Kollisionen angeschaut oder da, wo so eine Kollision stattgefunden hat und hat mal geguckt, findet man denn da Gold? Und da entsteht bei der Kollision zwischen zwei Neutronensternen, was ja dann auch einen Übergang in ein schwarzes Loch bedeutet, tatsächlich bis zu fünf bis zehn Erdmassen Gold. Das ist ja heftig. Das heißt also, ja, Gold gibt es bei uns auch auf unserem Planeten, dürfte es aber in unserem Sonnensystem tatsächlich auch auf anderen Planeten geben. Denn wenn du da durch so eine Wolke hindurchfliegst als Sonnensystem oder als frisch entstehender Stern, dann sammelst du alles, was da rumfliegt. Und das war eben bei uns der Fall. Und deswegen haben wir ja das alles. Aber genauso wie bei Enceladus zum Beispiel kann man also davon ausgehen, dass in unserem Sonnensystem solche Vorgänge oder das Material vorhanden ist, um eine ähnliche Abbildung zu schaffen wie die Erde. Also zumindest, was die Grundzusammensetzung angeht. Also bei Enceladus haben wir jetzt keine Atmosphäre. Da haben wir eigentlich nur einen großen Eisball. Aber im Inneren, da wird es interessant. Und da die Baustoffe da mit dabei sind, eben auch zum Beispiel durch Asteroiden wie Bennu. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob der hier irgendwo vielleicht trotzdem mit rumfliegt. weil er ist ja als Projekt mehr oder weniger dann auch interessant in einer solchen Simulation. Aber nee, hier haben wir tatsächlich nur dann Osiris Rex. Und da können wir aber dann gleich auch zum nächsten Thema gehen. Was macht denn Osiris Rex jetzt? Weil ihr seht selber, mittlerweile fehlt da vorne ja was. Das heißt also, oder hier, Entschuldigung, hinten und vorne. Es ist beim Auto einfacher. Bei so einer Sonde ist es gar nicht so einfach, hinten und vorne festzulegen. Das heißt also, hier fehlt jetzt ein Teil. Das ist nämlich das, was auf der Erde gelandet ist. Aber Osiris Rex wird jetzt weiterfliegen. Und zwar zu einem sehr interessanten Asteroiden, nämlich zu Apophis. Das ist eine mehrstufige Mission. Das heißt also, die Mission von Osiris Rex ist noch nicht vorbei. Sondern da fliegen wir jetzt zu Apophis. Und das wird auch eine interessante Geschichte, weil man, obwohl, ja, also dieses Sample Return jetzt abgeschlossen ist mit Bennu, wird man trotzdem dementsprechend hier diesen Asteroiden genauer untersuchen. Kann ich mir den trotzdem anschauen? Ja, ich kann ihn mal anschauen. Also, eins muss man schon sagen. Also, diese Software von der Nase ist wirklich spitze. Also, hier haben wir Apophis. Ist ein ordentlicher Asteroid. Und wird ja auch immer in Verbindung gebracht mit einer möglichen Katastrophe auf der Erde. 2029, 13. April, Annäherung an die Erde. Aber man weiß mittlerweile, dass dieser Asteroid nicht auf der Erde einschlagen wird. Das Thema ist durch. Das heißt also, dieser Asteroid wird sehr weit von der Erde entfernt, also relativ weit von der Erde entfernt vorbeifliegen. Aber es ist trotzdem interessant, denn hier haben wir wahrscheinlich eine andere Art von Asteroid. Hier dürfte der Metallanteil größer sein. Nach der Oberfläche vielleicht ein bisschen anders. Das wird man sehen. Denn wir können ja momentan mit unseren Teleskopen, was die Auflösung angeht, sowas nicht so genau beobachten. Aber ja, es wird eine interessante Geschichte. Zum Beispiel zusammensetzen, zumindest Oberflächenstruktur von Apophis. Und ja, so kommen langsam diese ganzen Bauteile zusammen. Also, diese Erkenntnisse über unser Sonnensystem und unter anderem auch eben die Entstehung von Leben auf unserem Planeten. Welche Vorgänge da im Vorlauf dafür verantwortlich waren. Zum Beispiel die Kollision von Objekten, Einschläge von Asteroiden, Anreicherung mit Kohlenstoff. Das heißt also, wie ist die Verteilung eigentlich generell im Planeten mit Kohlenstoff. Die Verteilung in der Kruste ist auch ganz wichtig. Und dann dementsprechend diese Umwandlung von Kohlenstoff in verschiedene komplexere Moleküle. Und dann eben die Entwicklung eines sehr, 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 sehr komplexen Moleküls. Nämlich eines sich reproduzierenden Systems. Also das ist dann der Übergang zu aktiver Beeinflussung des Universums. Das heißt also, vorher war eben alles nur auf die generelle Physik ausgelegt. Oder die generelle Physik hatte nur einen Einfluss, zum Beispiel Gravitation, fällt was nach unten. Auf einen Planeten. Und wir, das Leben, generell ist ja in der Lage, solche Dinge etwas anders zu sehen. Das heißt also, einen Zustand herbeizuführen, indem man bewusst Energie in ein System hineinbringt, um dann etwas zum Beispiel höher zu lagern, was von sich aus nicht der Fall gewesen wäre. Das heißt also, die bewusste Beeinflussung eines Systems. Das ist dann momentan zumindest aus unserer Sicht die höchste Komplexität und auch die höchste Informationsdichte, die im Universum abbildbar ist. Das kann natürlich auch noch wesentlich komplexer gehen. Wir wissen es nicht. Weil wir sind ja momentan auch an einem Punkt, wo wir zumindest Teile dieses Gesamtsystems erfassen. Aber die Entstehung von Leben und somit auch die Änderung von gewissen Grundprinzipien im Universum, das ist auch etwas, was sehr interessant ist. Und auch vor allem dann, wie stellt sich das dann in anderen Sternensystemen dar? Ist das etwas, was reproduzierbar ist? Ist das etwas, was sowas ähnliches wie ein Naturgesetz ist? Wie zum Beispiel auch die Entstehung von Planeten, also die Entstehung von Sternen erstmal, dann Planeten, dann diese ganzen Abläufe. Wie ist das eine physikalische Komponente im Universum und somit auch das Leben eine physikalische Komponente und somit unvermeidbar, genauso wie die Gravitation oder andere Naturgesetze? Oder beruht es auf einem sehr seltenen Zusammenspiel, was nicht generell übertragbar ist auf andere Sternensysteme zum Beispiel? Das wird eine interessante Zeit. Und ich bin mal gespannt, wenn dann unsere Sonde da bei Apophis ankommt, was wir dann eben für interessante Informationen bekommen. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wie gesagt, Links unten in der Videobeschreibung, wer sich für diese Programme hier interessiert. Und wie gesagt, Links unten in der Videobeschreibung, und wie gesagt, Links unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank.